Einer, der wird ja in den Geschichtsbüchern auch nicht so groß... Ja, darum geht's doch! Jetzt ist Hamilton nur noch einen Monat hier in Hamburg und wir waren ja, ich würde sagen, eine der eher kritischen Stimmen in der Community und haben immer gesagt, oh Hamilton, das lohnt sich doch nicht, geht lieber in was anderes rein. Geschichtskram. Ja, das versteht niemand. Und zumindest 50% von uns müssen die Meinung sehr, 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 sehr stark ändern. Michelle ist wie immer unbelehrbar. Die anderen 50% müssen es nicht. Und deswegen wollen wir euch die ultimativen Tipps geben, wie ihr Hamilton so schön erleben könnt auf den letzten Metern, weil es ist wirklich toll, Michelle denkt. Immer noch nicht, dass es toll ist, aber naja, man kann ja auch nicht alles erwarten vom Ehemann. Aber mach doch mal weiter. Grundsätzlich zu Hamilton, also es ist natürlich so, es ist nach wie vor amerikanische Geschichte und die Amerikaner, die sind natürlich patriotischer als wir Deutschen. Wir Deutschen, wir sind im Geschichtsunterricht jetzt eher nicht so aufmerksam und dann denken wir so, ach Gott, jetzt kommt der amerikanische... Aha, warst du nicht aufmerksam im Geschichtsunterricht? Nein, deswegen waren deine Noten im Abi so. Entschuldigung, aber ich habe Abi. Ich auch. Letzten Endes ist es doch so, es ist ein Stück über amerikanische Geschichte, was von der Geschichte her jetzt die Deutschen erstmal nicht so anspricht, mich nach wie vor auch nicht so, aber es ist halt das. Jetzt warte doch mal. Es ist aber trotzdem handwerklich super gut gemacht. Das heißt, alle Musical-Fans, die sagen, mein Gott, Hamilton, ich kann jetzt mal die Geschichte ein bisschen ausblenden und ich konzentriere mich wirklich darauf, wie haben sie es gemacht, wie haben sie es umgesetzt, wie machen es die Darsteller auf der Bühne. Für die ist es wirklich ein Augenschmaus. Ich sage die ganze Zeit positive Sachen überher, hören Sie mir doch mal zu. Ich kann doch bloß mit der Geschichte nichts anfangen. Es tut mir so leid. Mein Gott, es ist nicht McDonalds, das Musical, weißt du? Dass du so unbelehrbar bist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir wollten doch was Positives. Habe ich doch gerade, ich habe die ganze Zeit positive Sachen gesagt. Und ja, ich verstehe, ich höre sehr viel mit, ich war drin, habe es nicht verstanden, hat keinen Spaß gemacht. Ich lese das Gleiche auch auf Facebook. Ja, ich weiß das. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn man da reingeht und dann eben so denkt, oh, lustig. Und dann ist es auf einmal eben nicht wirklich lustig, sondern anstrengend und man kommt eben nicht mit. Das verstehe ich. Aber wir möchten ja hier unserer Community so eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Die meisten sind eh schon mehr als genug drin. Aber was wirklich ist, man muss in Hamilton rein investieren. Man muss investieren, investieren, investieren. Und ich glaube, ich kenne kein anderes Musical, was wirklich so viel Vorarbeit erfordert. Und wie hat es mir gefallen? Ich habe wirklich über mehrere Nächte kurz zum Einschlafen immer Wikipedia angeschaut und mir die komplette Geschichte von Hamilton mit allen Links da drin, mit jeder Schlacht von irgendwo angeschaut, was Michelle nicht gemacht hat. Nee, mich interessiert sowas nicht. Du kannst ein Bilderbuch geben und sagen, ach, guck mal, ein Wimmelbild. Es interessiert die amerikanische Geschichte. Es interessiert mich einfach nicht. Es geht ja nicht um amerikanische Geschichte. Ja, aber speziell Hamilton, Alexander Hamilton. Es ist halt so einer, der wird ja in den Geschichtsbüchern auch nicht so groß. Ja, darum geht es doch. Ja. Nein, also was hat denn unsere Community noch gesagt? Hast du denn noch irgendwelche Tipps? Ja, also Tipps. Weil dann erkläre ich so ein bisschen, was Michelle in sein kleines Hirn nicht reinbekommt. Oder nicht reinbekommen möchte. Man muss dazu sagen, wir haben es ja schon in London auch mal gesehen. Ja. Das haben wir euch schon mal in dem Video erzählt. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Video, wo wir gesagt haben, gebt doch mal so ein paar Tipps, damit wir alle da besser mitkommen. Ein Tipp war unter anderem, lieber Adrian, lies jeden Abend Wikipedia durch, anstatt ich, um deinen Mann zu kümmern. Ein weiterer Tipp war, um was zu kümmern, um mich zu kümmern. So, ein weiterer Tipp war, und das konnten wir nicht wissen, weil als wir das erste Mal in Hamilton waren, haben wir die Tickets ratzfatz geschenkt bekommen, eine Kollegin nicht konnte. Was wir nicht wussten ist, dass die Stage, wenn ihr da die Tickets bei denen kauft, euch quasi so eine Mini-Inhaltsangabe vorab schickt, damit ihr euch zumindest schon mal grob reinlesen könnt und die Basics drauf habt. Das gab es zum Beispiel bei Wicked damals, auch in Stuttgart, da haben sie nämlich die Vorgeschichte vom Zauberer von Ost, so auf kleinen, da gab es noch nicht die Digitalisierung, da haben sie es auf so kleinen Zetteln abgedruckt. Und dann konntet ihr die Geschichte vom Zauberer von Ost durchlesen. Finde ich gut, dass sie es machen, aber ich bin ja nicht so der Fan. Also, du sagst, das sollten alle durchlesen auf jeden Fall. Ja, lest euch die Geschichte vorher durch. Ja, am besten immer vor dem Einschlafen Wikipedia durchlesen. Hast du sonst noch was? Ich habe auf jeden Fall noch einen Tipp. Die CD vorher anhören oder die ganzen Songs, die da drauf sind. Es gibt jetzt auch ein paar deutsche Lieder, also das komplette Ding, aber hört euch schon mal rein. Und einer hat geschrieben, ich möchte zitieren, Hallo 4411 heißt sie, Spaß an den Reimen haben. Also, da sind so viele schöne, in der deutschen Version auch Reime mit dem Badewassersaufen und so. Eine Anspielung auf die Fanta 4 ist mit drin. Also, es ist wirklich clever gemacht. Die haben ja auch Jahre Zeit dafür gehabt, dieses Ding zu übersetzen und so weiter. Diese Spitzen, die immer von dir tragen. Nein, das ist doch wahr. Sie sagt, man soll Spaß an den Reimen haben. Vor allem, wenn du dann quasi die Geschichte schon mal ein bisschen aufgesaugt hast, hast du quasi auch Zeit, dir für andere Sachen. Und ein großer Tipp noch, falls ihr es nicht verstanden habt. Zweiter Tipp von mir ist, erstens, Stage hat ja gerade so eine 2 zu 1 Aktion. Zweimal reingehen. Zweimal reingehen, nur einmal bezahlen. Ja, ist ja im Prinzip so. Oder ihr guckt das Ganze nochmal auf Disney Plus, weil da haben sie die amerikanische Version ja aufgezeichnet und kannst du auf Disney Plus das ganze Ding nochmal gucken. Ja, das ist sehr schwierig, glaube ich. Aber mein Rezept dafür ist wirklich, schlaf gut, weil ihr braucht wirklich viel Energie dafür. Hast du überhaupt geschlafen? Du warst doch bis nachts um 2 immer auf Wikipedia oder auf diesen ganzen Internetseiten. Bücher hat er gewälzt, nächtelang. Nicht einfach so den ganzen Tag hier einmal durch Hamburg hechten und dann so, ich bin schon kurz vorm Einschlafen und da reingehen. Das wird echt nichts. Dann zweitens, durchlesen, durchlesen, durchlesen. Wie so eine Operneinführung, bloß noch viel tiefer und allerdings folgen. Dann das dritte ist, trinkt keinen Alkohol, weil ihr müsst wirklich da sein und... Trinkt eine Cola, dann seid ihr fit. Und investiert wirklich die Energie, weil... Und Michelle findet mich jetzt wieder blöd. Aber das, und ich muss mich wirklich sehr entschuldigen dafür, weil ich habe so viel Böses gesagt. Das ist aber niemandem entschuldigend. Es ist einer der schönsten Theaterabend gewesen, die ich echt hatte. Und warum ist das so? Da kommt die Geschichte rein, die nicht wirklich Fokus amerikanische Geschichte ist, sondern wirklich eher um diesen Menschen dreht und was wollte er erreichen, was hat er erreicht. Du meinst, dieses karrieregeile Arschloch, was seine Frau und seine Kinder hinter sich lässt, um seine eigenen Ziele zu verfolgen? Da stehen wir Deutschen ja total auf, karrieregeile Arschloch. In den USA ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber reden Sie weiter. Du hast es immer noch nicht verstanden. Wenn ihr dann Wikipedia durchliest, werdet ihr auch verstehen, was wirklich dahinter ist und dass es um Verlust viel geht. Und es ist wirklich, es ist so schön. Ich habe immer noch Gänsehaut. Das habe ich auch verstanden, ja. Nein, aber du verstehst es nicht. Du verstehst es nicht. Oder werdet ihr die Geschichte verstehen, diese Musik, die einfach nur grandios ist und einfach total ins Ohr, könnte wieder ein bisschen lauter sein, aber ist auch egal. Aber ihr werdet einen fantastischen Abend erleben. Aber das ist eben manchmal so, man muss jetzt investieren und nicht nur Geld, weil ihr müsst weniger Geld momentan investieren. Dafür müsst ihr mehr Zeit investieren. Das Universum hat es jetzt ausgeblendet, weißt du? Ja, jetzt, jetzt wartet alles hin. Grandios, super schön und ich würde, vergeben Sie doch mal Punkte. Für Hamilton wirklich, wenn man... Ja, nein, 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 deine, deine, jetzt, oh, jetzt wird es spannend. 6 von 10 Punkten, aber ich fand es super. Nee, was machen Sie? Nee, also Hamilton ist für mich, wenn man weglässt, dass man sich wirklich sehr reinlesen muss, für den Theaterabend eine 10. Absolut toll und hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber und wenn du jetzt aber reinwerten musst, dass du quasi noch sehr viel Zeit mehr investieren kannst und nicht einfach sagst, wo gehen wir heute Abend hin? Hamilton, ah, super, ich stolper mal ins Theater. Du musst ja nicht mal alles so einfach sein im Leben. Nein, und es kann auch schön sein, wenn du das eben nicht siehst, nicht mein Problem, was gibst du denn? Ich gebe Hamilton insgesamt für diesen Abend, also ist alles toll inszeniert und so weiter, Geschichte ein bisschen Abzug und so. 8 von 10 Punkten. Ist doch immer noch eine super Bewertung. Ist doch noch eine super Bewertung. Und ganz im Ernst, als ich Gino gesehen habe, da hat dieser Typ gesungen da, der also das ist, oh, das hat mich so berührt und egal, ich mochte es und muss ja nicht immer nur so ein bisschen so bla bla sein von dir. Nee, ich bin halt eher Fastfood, du bist halt eher Slowfood, weißt du? Das stimmt in vielen Dingen tatsächlich. Ein Tipp möchte ich an dieser Stelle noch geben, falls ihr noch mehr einlesen möchtet und nicht nur den Wikipedia-Artikel abends durchlesen möchtet. Wir verlinken hier nochmal das Video vom letzten Mal, weil da sind, guckt die Kommentare durch, da sind sehr, sehr viele schöne Kommentare von Hamilton-Fans, die auch nochmal sagen, guckt doch mal hier, die Liebesgeschichte, die es da unterschwellig vielleicht noch gibt oder so, die Kugel und so weiter. Und wir diskutieren sehr gerne mit euch, seid ihr eher Team Michelle, so hinsichtlich, oh, ich gehe ja in eine Party nach und mal so ein bisschen bumm, bumm, bumm und dann ist es besser. Oder möchtet ihr auch meine künstlerische Ebene hier ein bisschen mittragen und sagen ja Hamilton, das kann richtig Spaß machen. Also wir diskutieren sehr gerne auf Instagram, Facebook und YouTube natürlich. Sie haben eine künstlerische Ebene. Die habe ich auch für mich gerade entdeckt. Also die ist jetzt aber noch nicht so weit, dass ich dann in so ein MoMA gehe und sage, oh, weißes Bild auf weißer Leinenwand, das ist aber sehr schön. Ach so, oh Gott, dann sind wir, ich dachte schon, ich hätte ihn komplett verloren. Nee, es ist doch alles okay mit mir. Okay, dann ist alles gut.